Das Jura-Haus ist eine entlang des Altmühltals vorkommende Hausform. Durch ihre Baumerkmale und die verwendeten Materialien fügen sich diese Häuser in das Landschaftsbild des Altmühltals ein. Allen gemeinsam ist das Kalkplattendach, welches das größte Merkmal der Häuser ist. Sie sind sehr flach und mit mehreren Schichten dünner Kalkplatten, sogenannten Legschieferplatten gedeckt. Das Fachwerk war in der Regel mit geflochtenen Weiden und einem Lehmschlag ausgefacht, der mit einem Kalkmörtel verputzt war. Je reicher der Bauer, desto größer das Haus und desto mehr Stein als Fachwerk. In Eichstätt wurde in einem Jura-Haus ein Museum eingerichtet. Als Kerngebiet der Jura-Häuser gilt der heutige Landkreis Eichstätt. Wer also Eichstätt besucht, sollte sich ein solches Jura-Haus auf jeden Fall einmal näher ansehen.